Was glaubst du denn, wie viele Tage werden vergehen, bis ich dir gratulieren darf, weil Google euch gekauft hat? Gar kein Tag, weil es nie passieren wird. Jetzt kannst du so sicher sagen? Warum? Ich möchte eine unabhängige Kraft in der Wissenschaftswelt aufbauen und ich glaube auch, dass ResearchGate ein eigenes Google sein kann. Also ich sehe immer mehr, dass Wissenschaft immer mehr data-driven wird. Ich glaube, der nächste Nobelpreisträger in Medizin wird nicht derjenige sein, der die coolen Experimente gemacht hat, sondern es wird der sein, der weiß, wie man ein gutes Query macht in Hive, um die Daten zu querieren, die es schon gibt. Okay, aber worauf läuft es hinaus? Was ist das Ziel? Ich habe kein Ziel. Ziel ist, eine geile Firma aufzubauen, entweder im Börsengang oder mit Rendite, wenn alles top läuft. Aber du wirst doch jemandem Rechenschaft schuldig sein. Dem kannst du doch nicht sagen, ich habe kein Ziel. Doch, das Ziel ist, Wissenschaftswelt zu verändern und etwas Gutes für die Welt zu tun. In diesem Sinne, ober und out. Sehr schön Spaß gemacht. Tolles Interviews. Also wir müssen uns ja erstmal gut erzählen. Auf Wiedersehen. Tschüss.